Es geht aber schön ruhig. Der Kreisel im Normal-Modus oder was? Was? Der Kreisel im Normal-Modus. Headlock. Den Kreisel. Nee, 3D. Ja, weil du sagst, der dreht weg. Nein, der geht weg. Der schmierst seitlich. Der geht nach links weg. Trimmen oder den Kugelkopf ein bisschen rausdrehen. Ja, das kann ja auch trimmen oder was. Linke Kugelkopf von der Taumelscheibe. Ja, Theo, hast du alles verlernt in den letzten Jahren? Was? Wie man einen Heli einstellt? Der fliegt einfach immer so. Der Theo kann alles fliegen. Egal wie das eingestellt wird. So, und jetzt macht er, was macht er jetzt? Immer noch. Ja, der geht nach vorne. Nach vorne und links. Bisschen Trimmen. Was für Trimmung auf der Fernbedienung. Und sie gehen immer noch nach links. Perfekt schweben, ja. Ich versuche den nur ruhig zu steigen. Nach vorne und links. Ich versuche den nur ruhig zu nächsten Jahren. Ich versuche den auch zu zweifeln. Was für Trimmung auf? Ja, der geht nach vorne. Ich versuche den nur ruhig zu steigen. Ich versuche den auch zu zweifeln. Untertitelung des ZDF für funk, 2017